Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Flash-Game und zwar zocken wir heute Rogue Soul. Ähm, ja. Oh, es ist laut. Yeah, boom, was ist denn gut? Mein Name ist Michi, ihr schaut Michis Let's Plays. Oh, es ist gut. Das war's für heute. Wie er das Kind weggetreten hat, Alter, wie geil. Hat mir gefallen, okay. Aber ich weiß nicht, wie laut das ist. Okay, auf jeden Fall, die Story ist glaube ich selbsterklärend. Wir sind ein Dieb und wir wollen die meistgesuchtesten der Stadt sein. Und wir drücken einfach auf Play. Okay. Äh, Press Enter. Ja, okay, so, macht man, okay. DFG. Okay. Slide ist F. Das ist das Wichtige. So, Slide ist F. So, okay. Ich kann Doppelsprung machen und muss die Dinger sammeln. Oh, die Doppelsprünge, oh, die werden oben abgezogen. Interessant. Ich dachte, ich habe um endlich, oh. So, ähm. Okay. Okay. Okay, Paraschut mit D. Sammeln wir auf, sammeln wir auf, sammeln wir auf, sammeln wir auf. Und springen und, perfekt. Okay. Ein Messer. Okay, hier sind drei Messer. Oder, okay, warte, mit G, ne? Bam, bam, bam. Was muss ich machen? Ach, hier. Eine Blume. Und da kriegen wir fünf. Okay. So, jetzt spielen wir richtig. Okay. Okay, wir müssen so viel wie möglich einsammeln, ne? Okay. So. Oh Gott. Nein, nein. Oh Gott. Mist. Verdammt. Okay. Wir müssen hoch. Genial. Okay, super. Cool. Das Spiel macht echt viel Spaß. Nein. Komm schon. Oh Gott. Alter. Habe die Tasten vertauscht. Oh Gott, nein. Oh. Oh. Es passiert so viel. Okay. Cool. Cool. Okay. Wir sind schon fast bei 1000. Okay. Dafür gibt es, glaube ich, auch Geld. Was ist denn das für ein Typ da unten? Ich nehme, ich nehme die Blume. Mist. Wir wurden getroffen. Wir wurden getroffen. Okay, okay. Ja, wir haben wieder einen Schutz. Oh. Mist, 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 Mist. Nein. Wir sind tot. Wir sind tot. Okay. Wir haben 1400. Continue. Ah, wir fangen wieder in Zone 3 an. Oh nein. Falsche Taste. Okay. Wo ist die Dame? Wo ist die glückliche Dame? Ohne Mist, wo ist denn die? Da unten? Ja, klar. Okay. Okay. Wo ist sie jetzt? Wir brauchen die Dame. Okay, das ist ziemlich gut gelaufen gerade. Ah, nein. 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 Beeilung. Okay. Wir sind wieder eine Zone weitergekommen und sind schon bei 2200. Okay, super. Oh, das Spiel ist echt gut. Das macht echt Spaß. Oh Gott. Nein. Verdammt, wir brauchen wieder Nein, doch. Da ist er. Okay. Oh, das war echt riskant. Oh nein. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Mist. Mist, Mist. Okay, aber wir haben jetzt die Hälfte geschafft von dem Boring Hood. Okay. Okay. Den Dagger öfter einsetzen, ne? Oh. Okay. Oh Gott. Combo 6. Okay, super. Nein. Mist, 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 Mist. Das ist schade. Schade. Okay. Okay. Gucken wir mal die Loots an. Die Loots. Wir haben 15% geschafft. Bitte Spam. Okay. Okay, wir schalten hier Sachen frei, indem wir was machen, wie zum Beispiel den Spearman-Toot, ne? Was haben wir hier noch? Okay. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal ein Stück und versuchen erstmal den Boring Hood zu überholen und wenn wir es geschafft haben, werden wir versuchen, die Mission zu machen. Das klingt doch gut, okay? Restart, oder? Okay. Von ganz vorne. Okay. Einfach mal in die Fresse hauen. Ah, wir haben schon... Jetzt haben wir sogar schon eine Loot. Okay. Ich verzichte. Ich will... Ich habe nur zwei, äh, Dings da. Doppelsprünge. Ich will die mal für Notfall behalten. Da ist auch die Frau. Okay. Nein! Das war ja mal ein richtig dummer... Ein richtig dummer Sprung. Aber okay. Wir machen es, glaube ich, ganz ordentlich. Wir machen es ordentlich. Okay. Wir haben die Zone 1 geschafft. Das ist doch gut. Okay. Zone 1 geschafft. Wir sind jetzt in Zone 2. Und machen wieder ein paar Leute fertig. Okay. Okay. Oh, Mist. Da wurden wir getroffen. Ich habe gesehen, dass es, glaube ich, drei Teile von diesem Spiel gibt. Also... Da freue ich mich drauf, weil... Das Spiel echt cool ist. Das gefällt mir. Nein! Oh Gott! Ich habe die Kiste nicht gesehen. Mist, das war... Das war... Das war schlecht. Das war... Das war doof. Oh, Mist. Oh, nee. Okay. Das war... Parashoot, okay. Nicht wieder verwechseln. Das wäre... Das wäre doof. Okay. So. Oh Gott. Oh. Nicht getroffen werden. Oh. Oh Gott. Die Blume haben wir noch bekommen. Ist die Frau in der nächsten Zone? Das ist ja heftig. Das ist heftig. Ich finde... Also, okay. Meine sollte... Och, nö. Doch nicht. Wieder da hinten. Und wir haben wieder... Unser... Schutz verkackt, ne? Oh, kriegen wir es? Kriegen wir es? Los, 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 los. Nein! Ja, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir wieder... Oh! Hoho! Perfekt. Okay. Wahrscheinlich müssen wir auch irgendwie... eine Kombo von 25 machen oder so. Ich habe jetzt nicht nachgelesen. Ich habe nicht mehr überflogen, was wir machen müssen. Ich habe einfach nur gesehen, dass wir irgendwas machen müssen. Einfach... Ja. Scheiß drauf. Okay. Wir sind schon bei 2800 Münzen. Oh Gott. Das hat uns... Alter! Unten drei Ritzer. Ritzer, ne? Bam. Oh! Haha! Okay, okay. Konzentration. Okay. Oh Mann! Das war dämlich. Boom. Oh nein! Nein! Gott, nein! Mist! Meine Augen waren bei diesem Schutz da oben. Aber die Distanz haben wir schon mal... äh... recordet. Und... machen weiter. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht... kriegen wir es hin. Oh Gott! Oh! Yes! New Loot. Perfekt. Oh Gott! Da habe ich panisch reagiert. Und ein Dagger verschwendet. Verdammt, wir haben nur noch drei. Wir dürfen damit nicht rumwerfen. Und sollten so viel wie möglich einsammeln. Oh nein! Mist! Okay, wir haben keinen Schutz. Wir haben kaum Dagger. Wir sollten wieder mal einen Schutz finden. Bitte. Ja, da ist er. Wir haben einen Schutz. Wir sind jetzt wieder erstmal safe. Wir sind erstmal safe. Verdammt! Wir sind wieder... mal... nicht safe. Mist. Aber wir haben die Zone geschafft. Oh, wir sind fast bei 500! Äh, 5000! Oh Gott, verdammt! Oh! Zone 5! Oh Gott! Nein! Ein schwarzer Ritter. Oh Gott, Gott! Oh! Kein Dagger mehr! Nein! Mann! Mist! Nein! 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 Verdammt! Fuck! 140 haben uns gefehlt. 140. Mist! Challenges. Intro und Tutorial. Customer Care. Wir haben einen neuen Dude freigeschaltet. Nehmen wir mal die Waffe und passen mal die aus, ne? Und den neuen Duden. Gibt, glaube ich, gar keine... nichts anderes, ne? Also, nichts Neues, meine ich. Fühlt sich komplett gleich an. Ist einfach ein neues Kostüm, ne? Aber okay. Ein bisschen Abwechslung kann dir nicht schaden. Ich bin fest davon entschlossen, dass wir diesmal die 5000 erreichen. Ich glaube daran. Oh! Okay. Läuft super. Wie geht euch denn so? Mir geht es gut? Weil ich hab grad ein Spiel entdeckt, was echt Spaß macht. Ich kann's jedem empfehlen. Das macht wirklich Spaß. Hey. Oh! Aha! Dieses Baum in die Kiste da will ich nicht noch einmal ins Gesicht bekommen. Weißt du, weh? Und wenn es weh tut, weine ich. Und ich will nicht weinen, weil ich ein Mann bin. Sollte glaube ich... Oh Gott! Ich dachte, ich schaff das jetzt nicht mehr. Oh, das war... Das war knapp. Oh! Oh Gott! Lass mich in Ruhe. Okay. Wir haben die nächste Zone erreicht. Die dritte. Nein, das ist jetzt. Ja, genau. Zone 3. Wir sollten auch versuchen, eine Kombo hinzukriegen, ne? Hey, komm schon! Oh, da kriegen wir es nicht mehr. Wie ärgerlich, Mann. Oh Gott! Oh Mann, der kriegt uns so ein einfachsterblicher. Okay, wir brauchen wieder dringend... Oh nein! Das ist peinlich. Gott! Mist! Wegen so einem zu sterben. So ein Mist, ne? Das ist echt... Einfach nur enttäuschend. Einfach nur enttäuschend. Oh, komm schon! Oh, da kriege ich es nicht. Da kriege ich es nicht. Was ist denn das für ein Mist? Okay. Wir sind bei 2000. Die Hälfte haben wir erreicht. Okay, wir haben immer noch unser Schutz und ich glaube, das ist jetzt auch die nächste Zone, die wir erreicht haben. Perfekt! Perfekt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir aufnehmen. Da werde ich wahrscheinlich schneiden müssen, weil ich habe echt viel Spaß dabei. Also das letzte Spiel, das mit Scooby, das war... Oh! Ich hätte es glaube ich so geschafft. Aber okay, jetzt habe ich einen Doppelsprung verschwendet. Ah, wir brauchen jetzt wieder mal die Dame, die uns ein paar Doppelsprünge beschert. Gott! Wir wurden erwischt! Wie soll ich die denn bekommen? Nein! Nein! Mist! Okay, jetzt müssen wir 1800 schaffen. 1800. Ob wir es schaffen? Alle gute Dinge sind drei, sagt man ja. Ach man! wir brauchen das Geld. Also schön Kombos machen. Okay. Oh! Gott, es war gerade echt zu viel los. Boah. Aber wir haben es überstanden. Oh! 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 Mann! Gott! Okay, wir wurden erwischt. Oh Gott! Wir haben es geschafft! Wir haben die 5000 geknackt. Wir haben die 5000 geknackt. Und leben noch. Aber haben keinen Schutz mehr. Okay. Konzentration. Oh! Werden ziemlich gut entlohnt. Perfekt! Boah, das läuft ja richtig gut gerade. Oh Mist! Uh... Oh, es ist nicht so, wir haben die Konzentration. Oh, es ist auch mal benefitting. Oh, es ist abgekOnklaß! Oh! Ja! Oh! Oh! Oh, es ist ja ERIC! Oh, es ist einfach so. Sugar! Oh, es ist da. Cool. Die Challenge-Mode. Okay. Okay, wir können jetzt weiterspielen. Und versuchen, Platin zu erreichen. Oder wir können Challenges machen. Ich würde vorschlagen, ich mache hier jetzt eine Pause. Und die Challenges werden wir dann morgen machen. Beziehungsweise ich werde sie jetzt machen, weil ich gerade Spaß dabei habe. Aber ich werde es morgen hochladen. So sieht es aus. Jetzt kommen ein paar Flash-Games, die wir spielen. Okay, super. Wir haben Boris Hood vom Thron geschlagen. Und wie es aussieht, so weit es einen neuen Kriminellen gibt, der halt auf der Spitze ist. Der Staatsfeind Nummer 1. Ist der andere Staatsfeind Nummer 1 halt nicht mehr wirklich. Okay, der ist voll 2010. Raus mit ihm. Okay, was haben wir hier in Loots? Ah, wir haben hier jetzt eine Wanted. Hero-Poster vor allem. Ja, okay. Ansonsten haben wir jetzt noch diese Mission zu machen. Oh, diese hier. Das klingt doch gut. Das klingt doch cool. Aber die Musik ist aus. Okay, was haben wir für Kostüme? Wir nehmen mal das große Schwert. Ich will den Hut haben. Okay, wir müssen Loots machen, ne? Okay, behalten wir den Typen dann. Und machen wir jetzt nächstes Mal die Challenges. Danke fürs Zuschauen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Bis dann und bis zum nächsten Mal.